Servus, da bin ich wieder mit einem neuen Lied, das so taufrisch ist, dass es quasi noch nass ist. Und das heißt Lichtsignal und ich würde euch bitten, das Video bis zum Ende zu gucken, weil ich brauche euch. Hier auf der Welt liegt so einiges in Arten. So viele Menschen und so viel Hass und verschlossene Gesichter. Ich weiß, da draußen gibt es gute, kluge Köpfe. Es kann nicht sein, dass jeder so denkt wie die großen Egomanen. Wir sind diese anonyme Masse und wir halten die Luft an. Wir stehen weit verteilt irgendwo und wir scharren mit den Hufen. Bitte lass mich glauben, dass wir wirklich eine Masse sind. Bitte, bitte lass mich glauben, dass wir wirklich eine Masse sind. Oh bitte gib mir ein Zeichen, oh bitte gib mir ein Zeichen, ein Lichtsignal. Oh bitte gib mir ein Zeichen, ein Lichtsignal. Den ganzen Tag dieses selbstgerechten Fratzen. Ich kann nicht einverstanden sein, damit wie ihr euch die Welt legt. Könnt ihr das denn nicht sehen? Könnt ihr das denn nicht sehen, eure westliche Sattheit? Quillt euch doch längst schön aus euren Ohren, aber trotzdem seid ihr hungrig. Steckt euch euren Wachstum einfach bitte einmal sonst wohin. Wo sind die Leute, die fühlen wie ich? Warum sind hier nur Idioten? Und bitte lass mich glauben, dass nicht alle nur Idioten sind. Und bitte lass mich glauben, dass nicht alle nur Idioten sind. Oh bitte gib mir ein Zeichen, oh bitte gib mir ein Zeichen, ein Lichtsignal. Oh bitte gib mir ein Zeichen, oh bitte gib mir ein Zeichen, ein Lichtsignal. Wo ist die Solidarität verloren gegangen? Und wo euer Mitgefühl und Respekt? Mir geht es nicht in den Kopf, wie man so sagen kann. Doch irgendwo sind noch Gutmenschen versteckt. Und ja, ich gebrauche das positiv. Gib mir ein Zeichen, oh bitte gib mir ein. Oh bitte gib mir ein Zeichen, ein Lichtsignal. Oh bitte gib mir ein Zeichen, oh bitte gib mir ein Zeichen, ein Lichtsignal. Oh bitte gib mir ein Zeichen, ein Lichtsignal. Und Padabam, das ist mein Lichtsignal für euch. Mit dem Appell an alle analogen und digitalen Natives, schickt mir bitte euer Lichtsignal. Für nichts Minderes als eine bessere Welt. Per Foto, Video, Postkarte, was euch auch immer einfällt. Ansonsten wie immer die Bitte liken, teilen. Und ich hare dem, was da kommen mag. Und verbleibe mit freundlichen Grüßen. Ihre Lena Dobler. Vielen Dank. Wo multiply's mir wieder. Ho blockchain asta, würde ich denken? Die schınıftOR. Und dann noch einmal lived.